Hast du einen Hallermasch vorbereitet? Ne, hab ich nicht vorbereitet. Ja, das ist ja schlecht. Also wir sind jetzt hier eigentlich am Nudeln kochen, aber gleich ist in Gabischofsheim und auch in Mainz geht die Kampagne los. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir feiern mit euch am 11.11. um 11.11 Uhr daheim. Praktisch, das kriegt ihr jetzt keiner mit, zeitgleich, ist ja klar, aber ist ja egal. Da war er, ach, Moment, 11.11 Uhr ist es, Achtung jetzt, und hier kann man das kurz sehen. Naja. So, das war der Hallermasch hier, die Kampagne ist also hier und auf diese Nudeln und auf macht dieses 11.11. Erlebnis ein dreifach donnerndes Hello! Hello! Hello!